Was geht ab, Leute, hören wir. Wie ihr es gerade gesehen habt, brutanischer Garten heute. Es ist 10.30 Uhr. Ich wollte eigentlich um 9 Uhr, sobald es sofort aufgemacht hat dorthin, wollte heute den ganzen Tag von 9 Uhr bis 17 Uhr 8 Stunden dort Rehörner grinden, farmen. Gab ein paar Probleme. Erstens war es viel zu früh. Ich konnte so früh nicht aufstehen. Zweitens Bus- und U-Bahn-Probleme. Jetzt sind wir da gleich, 10.30 Uhr. Schauen wir mal, was geht. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie viele Rehörnern wir fangen. Im Vergleich vor allem zum Olympiapark. Bin gespannt. Mein heimliches Ziel ist über 1000 Bonkons. Mal schauen, ob ich das schaffe. Alles, was man braucht und gebe niemals auf. Fang 150 Pokémon ab. Du lernst ihn nur dazu. Komm, schlatsch sie alle. Wie wird man Meister? Pokémon-Meister! Oh, Alter. Echt klasse Aussichten hier. Ein paar coole Szenen für euch gedreht. Erstes ab und zu rein, wie viele wir danach haben. Easy gefangen. Gelbe Berge. Verlaute Bauarbeiterberger. 1232. 1233. Ich bin verschickt hier. Das merken wir uns. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Uhhh, erstes Update. Kurz nach 11 Uhr. circa halbe stunde geworden bin ich jetzt hier heute davor schon ein update gehen aber die gehörner hören gar nicht auf echt was hier müsste circa 70 80 von uns in einer stunde gemacht haben sprich in der stunde wenn es weiter so geht wenn es keine dürgel kommt ist man 150 bis 160 und was machen 1310 wenn ich den verschicke jetzt auch schlecht den verschicke ich das heißt 80 punkte habe ich circa gemacht in einer halben stunde nicht mal und es ist immer noch eine angezeigt wo ist der dahinten echt krass ist so krass vorne sind wieder vier und es gab bisher keinen einzigen moment seitdem ich hier bin wo kein neues rion aber echt krass soll gar nicht auf es kommt immer neue recht zu hart so Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber der Strahler erzeugt einen klassen Regenbogen. Update, kurz nach 12, 1450 Bonbons, sprich 220 Bonbons in 1,5 Stunden, echt nicht schlecht. Die Kamera beschlägt, ich bin ins Trepphaus gegangen. Wow, klasse. Kurze Pause von den Gehörnern. Endlich mal. Wir sind von Schildkröten, Endkröten. Schildkröten nicht berühren. Das Nest ist so krass. Jedes Mal, wenn ich denke, es wird eins angezeigt, das hole ich mir, dann denke ich, das war's. Mach ich den Screen Recorder aus, kommt direkt noch eins. Update nach 1, also es ist sogar schon halb 2, aber es kam gerade so eine fette Welle, ich konnte kein Update drehen. Da sind gerade 4, also 6 Gehörnern angezeigt. 4 beim selben Pokestop Endskurs. Ich glaube nicht, dass ich alle noch verreiche. Ich war auf der anderen Seite, da waren auch die ganze Zeit welche. Hab die abgeglast und jetzt zu der anderen Seite. Kurzes Update. Ich muss sagen, wie hören hier? Wie hören? 1589 Bonbons sind über 350 Bonbons in 2 Stunden. 2 oder 3, wie lang bin ich hier? Weiß ich gerade gar nicht, muss ich nochmal abchecken, aber auf jeden Fall über 350 Bonbons. Richtig krank. Und wenn ich die alle da vorne erwische, dann noch mehr. Der erste von den 6. Schnell. Sehr schnell. Alle fangen. Hoffentlich. 6 von 6. Aber schauen wir mal. Ah, der macht Faxen direkt rausgebrochen. Die Bären gehen auch langsam zu Ende, also ich bin mit über 100 gestartet. Und hab jetzt nur noch 40. Vor allem sind hier ja ernst viele Stops, also ich dreh auch die ganze Zeit welche. Also auf jeden Fall mehr als 60 Bären schon mal verbraucht. Die Nummer 1 ist drin. Schnell, schnell, schnell. Hier ist Nummer 2. Echt krass. Und sehr gut, nicht hoher WP. Kein Curveball, weil ich gerade eine Hand nur und links nur hab. Gerade an einer streckenden Frau vorgegangen. Sie hat mich so angeguckt, als hätte sie noch nie eine Kamera gesehen. Hier da vorne ist noch einer aufgetaucht, das heißt 7. Wir haben 2 jetzt. 2 von 7. Ernst krass. Hier der dritte. Hoffentlich 3 von 7. Echt zu krass. Das hier demnächst irgendwo links abbiegen. Oh mein Gott, hüpf doch nicht. Oh mein Gott, hüpf doch nicht. Echt zu krass man. Und Nummer 3. Hoffentlich ist der Gast noch da. Hier direkt 2. Zu krass. 4 von 7. Ich setze mich mal ganz kurz zu krass. 4 von 7. Und. Easy drin. 5 von 7 müsste gleich daneben sein. 5 von 7. Ein bisschen weiter noch. Müsste der Gast kommen hoffentlich. Alle gelbe Berge natürlich. Schauen wir mal. Auch easy drin. Erster Ball. Hier 6 von 7. Sehr gut. Zu sonnig. Ich gehe mal in den Schatten. 1217. Der ist fett. Hyperbar. Oh mein Gott. Und. Great. Geil. Auch erster Ball drin. Sehr gut. Die Jörner machen keine Faxen. 6 von 7 war das. Einer fehlt noch. Hoffentlich ist er nicht despaunt. Der wird noch angezeigt. Wo ist der? Müsste hier. Gleich kommen. Wenn ich den auch noch kriege. 7 von 7. Endklasse Runde. Das sind 7 mal 7. 49. Bonbons. Oh mein Gott. Ich glaube ich gehe gerade in die falsche Richtung. Ne. Ja. Keine Ahnung. Da müsste schon stimmen. Von der rechts wenns geht. Komm, komm, komm. Da ist er. Oh mein Gott. Ich habe auf Mega Player geklickt. Mega Player Du. 7 von 7. Rihorn. Klasse Runde. Echt klasse Runde. Und. Easy. Great. Keine Faxen für den letzten. In der rechten Hand stirbt gleich. Und drinnen. Perfekt. Checken wir die Bonbons. 1631. 400 Bonbons jetzt. Boah. Das war's. Es sind 3 Uhr. Aber ich kann nicht mehr. Wir haben ungefähr 1800 Bonbons. Es sind 600 Bonbons. Fast 600 Bonbons die wir gemacht haben. Ich hatte eigentlich noch vor eineinhalb Stunden zu bleiben. Aber ich kann nicht mehr. Trinken ist aus. Es ist zu heiß. Die gelben Bären sind auch gleich aus. Also echt krass. Ich habe auf dem Weg nach draußen ein paar Zuschauer getroffen. Echt cool. Die wollten sogar ein Foto. Das war auch Premiere. Zum ersten Mal. Pokémon-technisch. Jügeo-technisch musste ich auch schon ein paar Fotos hergeben. Das war's. Jetzt kommen eine Menge Leute mir entgegen und starren mich an. Endlich merkwürdig. Das war's vom Botanischen Garten. Habe mal einen süchtigen Tag gemacht. Richtig hart gebrindet. Fast 800 Bonbons. Oder über 800 Bonbons. Ich weiß nicht mehr genau. Ich hätte die 1000 knacken können. Wäre ich noch ein bisschen länger geblieben. Aber ich war echt zu müde. Es war echt zu heiß. Aber botanischer Garten muss ich sagen. Echt das krasseste Nest. Mal schauen was es das nächste Mal wird. Wenn es wieder was Gutes ist. Streich vorbei. Vielleicht hole ich mir sogar eine Jahreskarte. Auf jeden Fall echt empfehlenswert. Ein paar Tage gibt es das nächste Mal. Schaut vorbei. Ich habe danach noch mal vorbeigeschaut. Auch wieder ein paar Fans getroffen. War echt chillig. Und jetzt habe ich um die 2200 Rio Bonbons. Leider noch keinen guten mit hohen BP. Also es gab ein paar mit guten WPs. Aber die sind nur zweitbeste Bewertung. Und dann gibt es natürlich welche mit der besten Bewertung. Aber nur sehr niedrige BP. Also ich habe ein paar die ich hier entwickeln kann. Aber nicht wirklich einen mit dem ich super zufrieden bin. Noch mal zum botanischen Garten werde ich leider nicht gehen. Der ist ziemlich weit und nicht mehr wirklich viel Zeit dafür übrig. Vielleicht noch mal kurz zum Olympiapark. Damit ich auf die 2500 Bonbons komme. Aber schauen wir mal. Eigentlich habe ich genug. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare. Wie viele Rihörner, wie viele Logiken ihr habt. Die ist das. Wenn wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokemon ist Serious Business.